Wie ist Deutschland in der Mitte Europas? Dass wir Deutschen mit 80 Millionen Einwohner gegenüber China in der Zukunft überhaupt noch durchsetzungsfähig sein wollen. Wir werden als Deutsche uns allein in dieser Welt von morgen nicht mehr durchsetzen können und deswegen brauchen wir die Partnerschaft auf dem Kontinent, dass die Werte, die uns gemeinsam wichtig sind, dass wir die in der Welt von morgen verteidigen.